Wir kennen das aus der Technik, dass man zum Beispiel Akkus nie tief entladen soll, weil es ist nie wieder möglich, die voll aufzuladen. Ein Akku, der einmal tief entladen ist, der hat quasi eine Macke und kann nie wieder voll werden. Und wenn wir Menschen uns oder unser Seelenleben oder unsere Ressourcen einmal wie eine Art Batterie betrachten und einfach mal auf uns schauen, wo wäre jetzt unser Ladezustand angesiedelt, an einer Skala von 1 bis 10. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Viverre, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem wunderschönen Hunsrück. Ja, ich bin Buchautorin und gerade habe ich mit meiner Partnerin ein neues Baby auf die Welt gebracht. Wir wissen noch nicht ganz, wer geboren hat und wer Hand gehalten hat. Aber wir freuen uns, dass wir quasi in den nächsten Tagen oder Stunden alle Bücher in den Händen halten, um die ganzen Vorbestellerinnen damit zu beglücken und damit alle Seelenpflege betreiben dürfen. Ja, hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, auch Teil dieses neuen Babys, wo wir jetzt ein bisschen irritiert waren. So, man kommt ja nur wirklich raus und die verschiedenen Buchhändler haben verschiedene Daten genannt, aber es scheint jetzt tatsächlich soweit zu sein. Und also die Auslieferung kann jetzt tatsächlich losgehen. Also ich bin auch Buchautorin, bin Dozentin, bin Schreiberin und lebe an der wunderschönen südwestirischen Atlantikküste. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren. Ein Mensch sagt und ist stolz darauf, er gehe in seinen Pflichten auf. Bald aber, nicht mehr ganz so munter, geht er in seinen Pflichten unter. Das hat geschrieben ein entfernter Verwandter von mir, der Eugen Roth. Das passt irgendwie so schön zu dem Thema, über das wir heute plaudern werden, bei dem du uns über die Schultern hören kannst. Ja, inspiriert natürlich vom Thema unseres Buches und auch passend dazu haben wir uns natürlich was überlegt für die Seele, für das Wohlbefinden und für Zeiten, in denen wir manchmal eben den Halt verlieren. Und auch inspiriert von meinem Besuch beim Fachkongress oder bei der Fachtagung bei Primavera am letzten Wochenende in Eu, der sich zufälligerweise auch mit dem Thema Seele und Seelenleben beschäftigt hat. Und es gab einige ganz inspirierende Vorträge. Und aus einem der Vorträge habe ich den Begriff Wohlstand mitgenommen. Und die Vortragende hat mich sehr, sehr zum Nachdenken angeregt. Was bedeutet denn Wohlstand? Und ich glaube, in unserer Wohlstandsgesellschaft bedeutet oder wird Wohlstand häufig mit materiellen Dingen gleichgesetzt, also sprich mit einem hohen Lebensstandard. Und ich habe eine Definition gesucht für den Begriff Wohlstand und die lautet Wohlstand ist ein positiver Zustand, der individuell unterschiedlich wahrgenommen wird. Aber noch besser gefällt mir die Definition im Kinderlexikon. Dort wird der Wohlstand folgendermaßen beschrieben. Wohlstand bedeutet, dass es den Menschen gut geht. Wohlstand kann bedeuten, dass ich Boden unter den Füßen habe oder dass ich wohlstehend bin, dass ich gut dastehe, dass ich geerdet bin, dass ich mich wohlfühle, entweder auf Dauer oder in diesem Moment. Und das ist für mich nach dieser Inspiration tatsächlich mein Gefühl für Wohlstand geworden. Ich habe sehr, sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Ja, ich finde die Definition wunderschön. Wir hatten ja schon mal über das kleine Land Himalaya gesprochen, wo Glück und damit natürlich auch seelischer Wohlstand statt sozusagen des materiellen Bruttosozialproduktes in der Gesetzgebung, in der Konstitution des Landes festgehalten ist. Und das würde, ach, das würde uns so, so gut tun. Und ich muss da jetzt wirklich mal kurz ausholen, weil ich finde es richtig, nicht nur deprimierend, ich finde es richtig gehend ärgerlich, wie im Moment so, ach, dieses Säbelrasseln, das wird so an die große Glocke gehängt. Wenn wir gar nicht so wirklich mitkriegen würden, was da teilweise wirklich dümmlich, so wie neandertalisch mit Säbeln gerasselt wird, wenn da nicht in den Zeitungen überall stehen würde, als aller, allererste Nachricht oder vielleicht als die ersten zwei, drei, vier Nachrichten, was da alles abgeht, Kriegsschauplätzen und ähnlichem, dann würden wir das wie früher auch zur Kenntnis nehmen. Ja, da ist ein Krieg und da hauen sie sich die Birnen ein und das ist alles ganz furchtbar, weil früher hat das uns auch nicht tangiert, früher, was weiß ich, in Äthiopien oder sonst wo, wo die Leute sich tatsächlich die Körper eingeschlagen haben. Und ich finde im Vergleich hier zu Irland, da ist das auch eine Nachricht, aber das ist eine von ganz, ganz vielen Nachrichten. Die Leute sind hier viel lockerer, viel entspannter, na klar, machen die sich Sorgen. Aber so das, was ich so vom Kontinent quasi mitkriege, da geht es vielen Menschen wirklich total schlecht und ich finde das unheimlich schade. Das heißt, diese Empfehlung, möglichst auf diese schrecklichen Nachrichten zu verzichten, die gilt mehr denn je. Und dann gleichzeitig sich umhüllen, sich wohl umhüllen, sich mit Düften und mit erdenden Maßnahmen, beispielsweise rote Beete-Saft trinken, der erdet. Das ist eine ganz auch erdig schmeckende Wurzel. Solche kleinen Maßnahmen, die mir wenigstens ein bisschen helfen, dass man nicht den Boden unter den Füßen verliert. Ja, damit, das merke ich und ich habe in den letzten Tagen einige Gespräche geführt, heute Morgen auch wieder ein ganz schönes Telefonat mit einer ganz lieben Kursteilnehmerin von uns gehabt. Dass Menschen tatsächlich diesen Halt und diesen Stand auch verlieren, weil sie Angst haben, weil sie verunsichert sind, weil sie sich große, große Sorgen machen. Und wir haben einmal so überlegt, was kann uns so ein bisschen erden. Neben dem rote Beete-Saft sind natürlich für uns eben auch die Düfte. Und wir haben da auch so ein, wir haben so überlegt, was machen andere Kulturen und was bedeutet Glück. Und da haben wir auch die Tonka-Bohne als Glücksbringer entdeckt. Wir benutzen ja das Tonka-Extrakt als Duftkomponente in ganz vielen Mischungen, die uns tragen und die uns umhüllen, die sogar bei chronischen Schmerzen nicht nur den Schmerz lindern, sondern auch den seelischen Schmerz lindern. Und die Iriane hat ja lange in dem Land gelebt, wo die Tonka-Bohne gewachsen ist. Ja, das ist so eine typische Amazonas-Pflanze. Das ist ein ganz, ein recht großer Baum im Amazonas und der ist quasi verwandt mit unseren Akazien, respektive der ist auch verwandt mit unseren Erbsen und mit unseren Bohnen. Das heißt, es ist tatsächlich der innerste Teil einer kugeligen Frucht, sagen wir mal so ganz entfernt an eine farblose Aprikose vielleicht erinnernd. Und da ist dieser Bohnenartige Kern drin und der darf übrigens nicht exportiert werden. Ich habe ja ein Gewächshaus und ich hatte mal eine Freundin in Brasilien gefragt, ob sie mir nicht ein paar Bohnenumschlag stecken kann und schicken kann, dass ich die im Gewächshaus mal ziehe. Und sie sagt, um Gottes Willen, darauf steht ja fast die Todesstrafe, weil die müssen mit einer Kalklösung unfruchtbar gemacht werden, sodass sie nicht exportiert werden können und woanders gezogen werden können. Und die sind schon fast so ein bisschen eine Währung von manchen Völkern im Amazonas. Und ich weiß leider nicht mehr, wo ich das her habe, ob das jetzt irgendwie eine hiesige oder eine brasilianische Literatur war. Es werden daraus Ketten gemacht, wie aus unglaublich vielen und wunderschönen Kernen kann man eigentlich in ganz Brasilien auch kaufen. So einen Schmuck, der aus schönen Kernen und Samen gemacht wird. Und sie sollen im Ländenschurz, sollen manche, ich weiß gar nicht, ob es die Häuptlinge oder alle Indianer, indigenen Völker sind, die sollen dann ein paar Tonka-Bohnen in ihrem Täschchen sozusagen mit sich rumtragen, um das Böse abzuwenden. Und das wurde dann irgendwann auch übertragen auf die Europäer, die das dann halt rausgefunden haben, mindestens eine Tonka-Bohne im Geldbeutel haben und das Geld geht einem nie aus. Und ich finde es, also ich habe es auch, ich habe fast immer eine Tonka-Bohne im Geldbeutel. Ich finde es einfach schön, weil dieser Waldmeister-Duft, der da rauskommt, das ist für mich so, ach, es ist einfach ein absolut traumhafter, wunderbarer Duft nach Karamell, nach Toffee, nach Schutz, nach Geborgenheit, nach Teflon-Schicht. Also manchmal muss man eben, wie ich eben sagte, wenn man so einen Mist liest, da muss man sofort sich auf den Teflon-Modus umstellen. Das ist wie, wenn man ganz schnell am Computer oder am Handy eine andere App reinlegt, wird abprallen, abprallen, abprallen und da hilft eben der Duft der Tonka-Bohne so wunder, wunderbar. Und er ist ja sparsam, ist ja ein Extrakt in Alkohol, man braucht nicht viel davon, also er kann sogar relativ schnell penetrant werden, man muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu penetrant wird. Gemischt mit diversen anderen, vor allen Dingen mit Zitrus-Düften, finde ich und du ja auch einfach wunderbar. Ich habe allerdings noch die Information entdeckt, dass dieses Samen bis in die 40er Jahre sogar des letzten Jahrhunderts legales Zahlungsmittel der Eingeborenen in Venezuela war. Vielleicht kommt daher auch dieser Brauch, die Tonka-Bohne in der Geldbörse mitzutragen. Ja, ganz, ganz gut möglich. Venezuela grenzt ja, hat ja auch einen Teil des Amazonas und diese lokalen Kulturen sind unheimlich spannend, da könnte man richtig viel von lernen. Und die Tonka-Bohne gab es ja bis zum Zweiten Weltkrieg, im Grunde war die in jeder Küche, so wie auch die Muskatnuss hat man die ein bisschen ins Essen gerieben. Und Monika Werner hat ein ganz tolles Rezept bekannt gemacht. In einem ihrer ganz frühen Bücher stand das drin, dass ihr der Bäcker sowieso, also den sie, glaube ich, persönlich kannte, da eine Rezeptur überreicht hat. Das wäre jetzt gerade auch ein aktuelles Thema, dass wir uns tatsächlich einen schönen Stollen demnächst backen, der muss ja eine Zeit lang ziehen bis Weihnachten, und da dieses Jahr endlich mal die Tonka-Bohne reintun. Und die gibt es ja mittlerweile sogar in Drogeriemärkten und sonst wo in verschiedensten Varianten zu kaufen. Und wir haben es ja häufig auch wirklich mit ganz zart beseiteten Menschen zu tun. Und du hast ja eben schon die Verwandtschaft auch zu den Akazien. Akazien war es angesprochen. Ja, genau. Und Mimosen. Genau. Und da wäre vielleicht auch die Mimose für die zart beseiteten Menschen, die tatsächlich mit solchen Nachrichten wirklich zu kämpfen haben, wo die wirklich so sehr, sehr angekratzt sind in ihrer seelischen Verfassung auch durch solche Nachrichten. Sehr sensible Menschen. Und da wäre sicher auch die Mimose mal ein Versuch wert, eventuell sogar kombiniert mit der Tonka-Bohne. Ich finde es ja spannend, weil wir sprechen ja von Mimose und meinen einen Akazienbaum. Wir meinen ja gar nicht die echte Mimose, weil die echte Mimose duftet nicht. Und das war auch eine Pflanze meiner Kindheit. Da kann ich mich so super gut daran erinnern, dass ich mit meinem Bruder manchmal an diesen, die Ranken, die echten Mimosen sind Rangpflanzen, und die rankten dann so wie hier irgendein Unkraut an irgendwelchen Zäunen entlang, wie so diese wilden Wicken, die an so manchen Zäunen entlang rankten. So gab es da in Brasilien, die ist ja sehr wärmeliebend, diese echte Mimose. Und die klappt auf leichte Berührung oder heftiges Pusten, klappt die ja ihre Blättchen zusammen. Und macht sie dann allerdings irgendwann wieder auf. Und ich denke, ganz genau das ist dieses Sinnbild. Wenn ich so einen belastenden Krempel dann doch mitbekomme, oder ich es nicht sein lassen kann, die irgendwelche Abendnachrichten oder irgendwas anzugucken, dann sofort die Blättchen zuklappen, um einfach diesen Kram nicht mehr so in sich hineinzuziehen. Tatsächlich, wenn dann nur noch so irgendwie äußerlich. Das heißt, Seelenhygiene, Seelenreinigung ist, glaube ich, in der heutigen Zeit sowas von wichtig. Und das ist vielleicht ja auch die Herausforderung dieser Zeit. Es geht uns ja auch nicht anders. Wir haben ja auch so unsere Tage, wo es uns ganz grässlich geht, wo wir wieder irgendwas fürchterliches, auch so aus dem Bekanntenkreis oder so gehört haben. Jemand ist krank, jemand ist gestorben oder was auch immer. Es ist halt auch so eine Zeit von vielen schrecklichen Nachrichten. Und da muss man, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, da muss man wirklich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden und versuchen, sich ganz, ganz schnell wieder rauszuholen. Und für uns ist es halt relativ leicht, eigentlich mit wenigen Düften. Wir brauchen ja nicht unser Arsenal, uns da wieder einigermaßen rauszuholen. Ja, du sagst es gerade schon, auch so mit wenig auszukommen. Und da sind die ätherischen Öle ja prädestiniert dafür, dass man mit wenig auskommt. Weniger ist in dem Fall immer mehr. Ja, und da starten wir ganz häufig auch unser Seminar für die Psyche mit diesem einen Spruch. Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große warten. Das finde ich auch so spannend, dass jeder so irgendwie auf den Riesen-Lotto-Gewinn für den Wohlstand wartet, aber versäumt zu bemerken, dass er schon wohl steht und dass es ihm mit vielen kleinen Dingen auch gut gehen könnte. Und das Thema an diesem Wochenende bei dieser Fachtagung war zum anderen auch, was Frauen tatsächlich so leisten müssen in unserer Gesellschaft immer noch. Und da ging es um das Thema Burnout. Das betrifft ja nicht nur Frauen, es betrifft auch einen ganz, ganz großen Teil von Männern, weil die Anforderungen in unserer Gesellschaft auch immer höher werden. Schneller, weiter, höher, immer besser sein, immer einen Schritt voraus sein, möglichst viel zu machen, sich aufopfern und beweisen, das schaffe ich alles. Und das sind, für mich war das sehr erschreckend, wie viele Anzeichen es gibt, bevor ein Mensch tatsächlich am Ende in diesem Burnout, in diesem Ausgebranntsein ist. Und diese Anzeichen, die beobachte ich bei vielen, vielen Menschen. Und mir war nie bewusst, in welche Richtung sowas sich ganz, ganz schnell und dummerweise ganz belastend entwickeln kann. Und wir haben uns an der Stelle auch mal Gedanken gemacht, wie können Düfte uns in solchen Phasen unterstützen. Und wir haben uns diese Phasen mal angeschaut und waren sehr erstaunt, dass diese Phasen ganz ähnlich dem Duftkreis nach Martin Henglein und modifiziert durch die Christine Lamontaine, dass die sich so gut da einfügen lassen. Und wir tatsächlich Parallelen gefunden haben, mit welchen Düften können wir in diesen unterschiedlichen Phasen jemandem vielleicht die Hand reichen und eventuell daran erinnern, dass er hier noch den Ausstieg schaffen kann. Ja, ich glaube, das ist auch so sehr deutsch, dieser Perfektionismus und auch immer wieder die Angst, Angst, ich verliere da meinen Job, wenn ich nicht hundertprozentig arbeite. Das heißt, auch da kann man sich eben wirklich mit den passenden Düften, einige sind quasi mehr beruhigend und entstressend und schlaffördernd, aber für manche Menschen ist es vielleicht was eher Anregendes, was so aufs Gehirn geht, was die Ich-Kräfte anregt. Und da haben wir ja ein paar wirklich schöne, schöne Düfte. Wir haben ja häufig auch die Situation, dass Menschen überhaupt nicht merken, dass sie in einer bestimmten Situation zu viel geben, dass die Batterie einfach auch entladen ist. Wir kennen das aus der Technik, dass man zum Beispiel Akkus nie tief entladen soll, weil es ist nie wieder möglich, die voll aufzuladen. Ein Akku, der einmal tief entladen ist, der hat quasi eine Macke und kann nie wieder voll werden. Und wenn wir Menschen uns oder unser Seelenleben oder unsere Ressourcen einmal wie eine Art Batterie betrachten und einfach mal auf uns schauen, wo wäre jetzt unser Ladezustand angesiedelt an einer Skala von 1 bis 10, dass wir mal innehalten und überlegen, wann war unsere Batterie ganz voll, wie haben wir uns da gefühlt und wo stehe ich jetzt im Moment. Und da kann einem ein Duft ganz gut helfen, diesen Ladezustand einmal anzuzeigen, indem man mal an einem Melissenöl schnuppert und einfach mal spürt, wäre dieses Öl jetzt tatsächlich passend oder gibt es eine ganz starke Abneigung eventuell. Und wenn es diese ganz starke Abneigung gibt, dann kann das ziemlich deutlich darauf hinweisen, kann. Das sind immer nur kann-Szenarien, muss, muss überhaupt nicht. Aber kann ein Hinweis sein, dass mein Ladezustand eventuell nicht mehr so ganz gut ist und ich an dieser Stelle unterstützend mit einem Duft, der mir in dem Moment sehr wohltuend ist, eingreife. Und die Melisse ist ein ganz tolles, wenn er als angenehm empfunden wird, ein ganz tolles Öl für die Herz- und Seelenbalance. Ja, unsere Melisse, die hat ja sogar so ein bisschen herzartige Blätter. Ich trinke sie im Moment, weil ich einfach so viel im Garten habe, trinke ich im Moment fast jeden Abend so einen Zweiklein und gerne mische ich das dann auch mit einem Schlaftee, in dem Lavendel und Baldrian und noch irgendwas drin ist. Der schmeckt pur gar nicht so toll. Und mit Melisse plötzlich schmeckt er richtig lecker. Und das ist eins der, ich glaube, das ist eins der wichtigsten Öle, weil wenn man sich mal, also ich zumindest schaue mich so ein bisschen um, bei verschiedenen spirituellen Lehrern, bei Coaches, bei Psychologen, bei allen möglichen Leuten, Psychiatern, ich folge einem Psychiater, die empfehlen immer wieder wirklich aufs Herz zu schauen, auf die Herzenergie, auf die Herzwahrheit. Und da ist dieses einheimische Öl und das ist für uns ein Privileg. Wir sind in diesem Wohlstand, dass wir im mittleren Europa echtes Melissenöl haben. Weil als ich Aromatherapie lernte, irgendwann damals in der Dinosaurierzeit, da hieß es, es existiert überhaupt kein Melissenöl. Und in manchen englischsprachigen Büchern ist das immer noch zu lesen. Es gibt fast kein Melissenöl auf dieser Welt. Fast alles ist verfälscht. Ich würde es einfach mal behaupten, auf die ganze Welt bezogen ist 99 Prozent der Melissenöle verfälscht. Und wir haben das Privileg, das bei wirklich tollen, kleinen Bio-Unternehmen im Mitteleuropa zu erstehen. Wir haben ganz häufig bemerkt in unseren Seminaren auch, sei es noch in der Zeit, in der wir das ganz in Präsenz und live machen konnten, mit richtigen Nasen und richtigem Anfassen und Fühlen und allem drumherum, dass insbesondere bei Menschen, und ich empfand die Zeit damals schon belastend, insbesondere für Menschen in sozialen Berufen. Aber heute finde ich es noch belastender für fast alle Menschen, egal in welchem Beruf. Wir erleben, dass Menschen, die sich so verausgaben, die wirklich immer dieses Gefühl haben, noch mehr geben zu müssen, dass die manchmal sogar die Rosengeranier ablehnen. Und dann werden wir immer hellhörig und bieten diesen Menschen genau das Öl an, was in diesem Duftkreis gegenübersteht. Und zwar ist das der Rosmarin. Und der Rosmarin steht für die eigene Ich-Stärke, fürs Stabilisieren im eigenen Ich. Und der kann unglaublich gut helfen bei einer Übung. Und diese Übung hat vier Buchstaben und sie heißt Nein. Nämlich das Nein-Sagen zu üben. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit extrem wichtig. Und ich glaube auch, dass Eliane und ich hin und wieder mal ein bisschen Rosmarin benutzen sollten, weil auch uns fällt es schwer, bei all diesen Anfragen, die wir bekommen, auch zu sagen, nein, das können wir nicht mehr leisten. Wir können nicht jede Mail beantworten. Und uns fällt es schwer und dann sitzen wir wieder da und schreiben wieder eine Antwort oder geben einen Tipp oder einen Hinweis oder sonst was. Aber es ist echt wichtig, sich hin und wieder das bewusst zu machen, dass Nein-Sagen wirklich kein Verbrechen ist. Es ist nicht schlimm, sondern es ist auch wichtig, um an einer Stelle auch mal einen Break zu machen und zu sagen, okay, jetzt kommt Me-Time, jetzt brauche ich Zeit für mich. Und die braucht jeder Mensch, damit er wieder auf der anderen Seite auch im Geben und Nehmen wieder einsatzfähig und einsatzfähig ist. Ich habe ja vor vielen Jahren schon dieses Bild, was mir im Flugzeug so erstmals bewusst wurde, erklärt. Ich glaube, das benutzen jetzt mehrere Leute schon, dass man muss als Mutter, wenn ich mit meinem Kind fliege, muss ich tatsächlich als erstes die Atemmaske aufsetzen, wenn es irgendein technisches Problem im Flugzeug gibt, sprich der Sauerstoff sinkt ab oder whatever. Und wenn ich denke, mein Kind kommt immer zuerst, dann kann es sein, während ich dem Kind die Maske auffummele mit dem Sauerstoff, dass ich dann in Ohnmacht falle. Und dann kann ich dem Kind nicht mehr weiterhelfen. Das heißt, erst ich die Maske aufsetzen, ordentlich Sauerstoff tanken und dann kann ich mich um mein Kind kümmern und dann kann ich mich mutmaßlich auch lang anhaltend kümmern. Und das, finde ich, ist so ein ganz, ganz wichtiges Bild, dass es ein gesunder Egoismus ist, dass man eben mal Nein sagt oder eben auch mal Ja sagt. Ich brauche jetzt das Öl, ich brauche jetzt die Pause, dass das gut tut. Da gibt es doch irgendwie diese Studie von Menschen, die ständig an irgendeiner Firma Unfälle hatten. Und als dann quasi eine ordentliche Pause eingeführt wurde, ist tatsächlich die Inzidenz der Unfälle deutlich zurückgegangen. Da weißt du, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, genau, das gab es. Es gab da eine Untersuchung, da hat man festgestellt, meine Güte, die Betriebsunfälle, die werden immer mehr. Wir haben immer mehr Menschen, die sich während der Arbeit verletzen. Und dann hat man es eingeführt, alle 90 Minuten. Das ist so ein ganz bekannter Rhythmus. Der kommt wohl auch so ein bisschen die Erkenntnisse aus der Schlafforschung. Und da hat man dann das getan und hat festgestellt, die Menschen, die diese Pausen wahrnehmen, die hatten auch keine Unfälle mehr. Also quasi viel, viel weniger Unfälle. Es gab keine schwerwiegenden Verletzungen mehr. Und das finden wir auch so wichtig. Aber du hast gerade gesagt, das mit dem Sauerstoff und der Maske, das wurde in diesem Kongress tatsächlich auch gesagt, dieses Beispiel. Ah, okay. Ja, ja. Und da fällt mir ein, ich sagte ja gerade, zum Ich stärken, zum Tanken und zum Üben, wieder bei mir selbst zu sein, den Rosmarin zu nehmen. Und wir hatten uns eben auch noch unterhalten, was könnte man denn so alternativ wählen? Und das ist wieder spannend. Es ist Myrte oder Eukalyptus. Und was haben die für Inhaltsstoffe? Sie haben 1,8 oder 1,8 Sinniol oder Eukalyptol genannt. Und das sind die Düfte, mit denen wir tatsächlich auch durchatmen, wenn unsere Nase zu ist, wenn unsere Atmung auch körperlich blockiert ist. Also auch wieder so eine ganz spannende Parallele dazu. Ja, dieses Innehalten und mal kurz durchatmen, ist ja eigentlich sowieso ein ganz, ganz wichtiger Tipp, der auch mir ständig entfällt. Ich bin eher jemand, der die Luft anhält. Das ist so typisch, wenn man sich erschreckt. Oder wenn man, was weiß ich, als Kind, man versteckt sich hinterm Schrank und will nicht gefunden werden. Und dann hält man eigentlich auch die Luft an. Weil man will nicht gesehen werden. Oder man will nicht attackiert werden. Oder man will nicht gefunden werden. Das heißt, dann hat man diese automatische Reaktion, Luft anhalten oder ganz, ganz flach atmen. Und das ist eigentlich genau das Verkehrte, was wir eigentlich gar nicht machen dürfen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, witzigerweise passt das jetzt ganz gut, habe ich mir vier Buchstaben Atme ausgedacht. Die werde ich mir demnächst ausdrucken und ausschneiden und so aufhängen, dass ich sie ständig sehe, vielleicht sogar zweimal, dass ich einfach immer wieder quasi mich erinnere. Und wenn es nur eine tiefe Durchatmung ist oder im Fall von irgendeiner doofen Nachricht, irgendeinem Schreck oder so, wirklich dreimal ganz bewusst durchatmen. Und da können eben auch zum Beispiel Inhalierstifte mit diesen Durchatmungsölen eine ganz, ganz wertvolle Hilfe sein. Weil da hat man so das Gefühl, die Atmung ist noch viel produktiver. Ja, überleg doch mal. A für Angelika-Wurzel, T für den Thymian, M für eine, für, für einen... Manuka. Manuka oder einen Majoran. Ja, Majoran. Ja, loslassen, Majoran. Und E für einen Eukalyptus. Ja, absolut super. Schöne Eselsbrücke. Das wäre doch ein super Riechstift für eine Atemübung. Ja, ja. Also ich bin ja ganz angetan von Riechstiften. Die habe ich auch, ich ja, eingeführt. Die gab es vor meinen Werbungen dafür gar nicht in der deutschsprachigen Branche. Ich hatte nämlich in England war es, glaube ich, oder war es in Dublin, weiß nicht mehr, habe ich so einen Riechstift geschenkt bekommen. Und da hieß es eben, dass in England wird an verschiedenen Kliniken mit den Riechstiften gearbeitet und so erfolgreich und so toll und überhaupt. Und dann habe ich in meinen Kursen immer davon erzählt, man kriegt da aber noch keine. Man hätte die dann in England bestellen müssen. Und dann habe ich bei einer einzigen Kollegin habe ich den Tipp gegeben, Mensch, wie wäre es denn, wenn du die importieren würdest? Und dann habe ich noch einer zweiten Kollegin den Tipp gegeben. Und jetzt kriegt man eigentlich überall tollste, auch wirklich optisch schönste Riechstifte mit fertigen Düften schon oder sehr zum selber beduften. Und inzwischen gibt es ja auch tolle Studien dazu. Wir haben ja so ein kostenloses Webseminar, wo man da mal ein bisschen was über die Studien erfahren kann, respektive einen Hinweis kriegt, wo man die Studien nachlesen kriegt, nachlesen kann. Das finde ich so absolut spannend, dass dieses tiefe Einatmen mit Geruch, das ist nicht so mal kurz vorbeifliegen, sondern man zieht den Duft auch wirklich so in sich hinein, dass da messbare Unterschiede sind bei verschiedenen Körperparametern. Da haben sich jetzt endlich mal Leute darum gekümmert, um das wirklich einfach so ganz knallhart schwarz auf weiß nachzuweisen. Ja, und wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her, Eliane. Das wäre dann in dem Fall unsere Bergamotte. Oh ja. Das Licht am Ende des Tunnels oder wie die Christine es auch mal gerne beschreibt, die Taschenlampe der Aromatherapie, die die Dinge auch gut beleuchten kann, wenn ich denn auch hinschauen möchte. Manchen Menschen ist die Bergamotte allerdings dann doch ein bisschen zu hell und die können wunderbar mal nebendran im Duftkreis einmal zugreifen, zum Beispiel zur Citratzitrone oder auch zur Limette. Ja, nicht umsonst hat ja die Limette eigentlich eine ähnliche, in Anführungsstrichen, Problematik. Ich sehe das ja nicht als Problematik. Man muss Bergamotte und Limette einfach richtig anwenden. Beide enthalten verhältnismäßig viel Furukumarine. Und da wird immer rumgeschrien, die machen Krebs und ganz furchtbar. Aber witzigerweise gibt es inzwischen viele Studien, die zeigen ja genau, die Furukumarine wirken antitumoral. Also zumindest Gewebestudien. Nicht beim ganzen Menschen oder nur ganz, ganz wenige Hinweise. Man darf mit krebskranken Menschen halt leider keine Studien machen, die sich mit ätherischen Ölen befassen. Aber beide haben eben dieses Thema Licht. Also ich kriege Pigmentflecken davon, ich kriege Hautverbrennung, wenn ich sie falsch anwende. Aber es wird sozusagen gerade in den dunklen Monaten, in die wir jetzt so langsam einsteigen, jetzt kommt ja auch noch eine Mondfinsternis, oder ist es eine Sonnenfinsternis? Ich weiß es gar nicht, irgendeine Finsternis kommt jetzt. Ja, genau. Und das heißt, dieses Symbol der Dunkelheit kommt hart über uns. Und wenn wir dann diese beiden Lichtöle, die sozusagen das bisschen Licht, was wir dann im Winter haben, auch noch verstärken, da können wir uns dann nicht mehr verbrennen, die sollen auf die Zirbeldrüse ganz doll wirken, die mit unserem Tag, Tag, Nacht, also Hell-Dunkel-Rhythmus zu tun haben. Und damit können wir uns dann eben, wie die Taschenlampe, so ein bisschen Licht in uns hinein und zu uns holen. Ja, das Licht am Ende des Tunnels eben. Wenn es dann darum geht, dass wir uns vielleicht auch erden müssen, manchmal ist das so, wenn dieser Wohlstand, also wenn ich das Gefühl habe, ich stehe nicht mehr wohl da, ich habe eventuell den Boden unter den Füßen verloren oder ich habe das Gefühl, dass mir der Halt abhandengekommen ist, dann haben wir eben auch ätherische Öle, die uns da unterstützen. Man kann an der Stelle vielleicht auch noch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen Erden, tatsächlich dieses Gefühl zu bekommen, auf der Erde zu stehen, der Boden ist unter meinen Füßen und der Stabilität, dem Halt. Für die Erdung mögen wir es gerne, zum Beispiel Vetiver zu nehmen oder Eliane sagt da auch, sie mag ganz gerne Patchouli. Da kommt es bei mir immer so ein bisschen drauf an, wenn es ganz frisch ist, tue ich mich schwer, aber wenn es schon ziemlich alt ist, mag ich es total gerne. Ich finde ja, es riecht nach Coca-Cola. Ich rieche Coca-Cola raus, das ist ganz komisch, ja. Aber für mich ist auch ganz wichtig ein stabilisierendes Öl, und was eine ganz starke Tendenz zum Licht hat, was ich ganz spannend finde, ist die Angelika-Wurzel. Genau, genau das gleiche Thema mit den Furukomarinen, obwohl es in der Regel das wurzelige Öl ist. Es gibt selten auch das Angelika-Samenöl, aber meistens ist es das Wurzelöl und dass diese Wurzel, trotz erdender Funktionen, dass sie uns quasi mitnimmt in ihrer Erde, wo sie zu Hause ist, hat sie halt trotzdem diese regulierende Wirkung auf die Lichtqualität und auf die Belichtung für uns. Das finde ich auch unglaublich spannend. Das ist also eine ganz, ganz spannende Pflanze, die auch wiederum mitteleuropäisch ist. Wir müssen da nicht in die Ferne schweifen. Wir haben da etwas, was uns relativ gut zur Verfügung steht. Und ganz spannend ist, die Wurzel enthält Furukomarine und die Samen nicht. Also das, was draußen im Licht ist, hat sie nicht, aber das in der Erde hat diese Furukomarine. Das ist einfach total spannend. Und für die Stabilität ist es oft so, dass die Zeder diesen Halt geben kann. Insbesondere dann, wenn man auch das Gefühl hat, dass einem so dieser doppelte Boden fehlt, wenn man in so einem Gefühl ist von, ich falle jetzt irgendwie in ein tiefes Loch und ich weiß gar nicht, wo schlage ich jetzt auf. Manche Menschen finden es aber zu stark. Man muss immer bedenken, dass die Zeder ist ein Baum. Und ein Baum, der ist nicht biegsam. Der kann uns keine Flexibilität geben. Das ist quasi die feste Umarmung, der feste Halt. Manche Menschen brauchen das, aber andere Menschen wollen gehalten sein, aber brauchen irgendwie so eine Flexibilität. Und ich habe schon ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass die mit einem Gras gut hinkommen, wie zum Beispiel Vetiva oder aber auch was Frischeres, nämlich Palmarosa. Weil ich versuche immer, dieses Bild zu zeigen, setzt euch auf eine Wiese und zieht mal am Gras. Ihr kriegt zwar die oberen Grashalme ab, aber die Wurzel bleiben der Erde. Also es gibt ganz viel Stabilität, aber das Gras oberhalb der Wurzel ist unglaublich flexibel. Wäre ein Versuch wert, wenn die Nase es eben mag. Naja, das muss man halt immer wieder sagen, egal was wir hier sagen. Die Nase soll entscheiden. Ich war auch sehr froh drum, ich habe in den letzten Tagen viele Diplomarbeiten für eine Prüfung, die ich mal wieder in der Schweiz abnehmen werde, gelesen. Und das spricht sich langsam zum Glück rum. Ja, eigentlich war in allen Arbeiten relativ klar, dass man den Menschen quasi ein Vorsortiment sozusagen anbietet von den Ölen, die man vielleicht für empfehlenswert in der Situation, in der der Mensch sich befindet, ihnen quasi dann zwei, drei, vier Öle gibt, aber das letztendlich die Nase dann entscheidet. Und nicht das, was ich als Beraterin, als Therapeut, als wer auch immer für richtig befinde. Auch so solche Sprüche wie Lavendel gehört in eine Schlafmischung. Also da rollen sich mir echt die Fußnägel auf. Weil Lavendel ist so ein, ich kenne so viele Leute, die Probleme mit Lavendel haben. Und wir haben so viele tolle Alternativen zum Lavendel. Ich weiß gar nicht, warum das so gebetsmühlenartig weitergebetet wird. Denn liegt es an Linalylacetat? Linalylacetat, das ist ein toller entkrampfender Stoff. Das ist ein Ester, ein Monotapienester, wirkt auch sehr gut studiert, nachweisbar, ganz stark loslastend und entkrampfend. Aber meine Güte, wir haben etliche andere Öle wie Petit Grin, wie Muscatella Salbei, wo mindestens genau, wenn nicht noch viel, viel mehr Linalylacetat drin ist. Wir haben Bergamot, wir haben Bergamotminze. Wir haben also diese Ester in so vielen tollen Ölen drin. Sondern wir haben auch noch andere Ester. Es muss nicht immer die Nardylacetat sein. Das heißt, das sind die Öle, die einem dann eben beim Schlafen, beim Loslassen, wenn man einfach, ja, wirklich, ja, letztendlich gleichgültig werden muss. Gleichgültig ist ja nicht nur negativ. Gleichgültig. Das und jenes ist sozusagen gleichgültig, ist gleich viel wert. Und diese Qualität hilft einfach so, ja, beim Einschlafen, wenn man dann nicht irgendwas wälzt und das so in den Fokus kommt, sondern dass man eben so in eine selige Gleichgültigkeit abdriften kann ins Land der Träume. Wir haben eben auch noch mal so überlegt, liegt es nur am Linalylacetat? Wir haben im Ester ja eben auch ausreichend Monoterpenalkohol, das Linalol, enthalten und haben dann einfach gesagt, wir haben einfach zwei ganz tolle andere Öle, die sicherlich einen Versuch wert wären, wenn die Nase eben beim Lavendel sich rümpft und sagt, oh nee, besser nicht. Ist nicht so meins. Zum einen sind das die Hoheblätter, die fast nur aus Linalol bestehen. Und ich finde die sogar, ich persönlich finde die total weich und habe eine Kombination gerochen mit Iris zum Beispiel, was unglaublich gut einfach beim Loslassen helfen kann. und wir haben auch gesagt, das Koriandersamenöl ist so ein vernachlässigtes ätherisches Öl, was eigentlich so toll ist und so sensationell duften kann. Aber die meisten Menschen trauen sich gar nicht, mit diesem Öl zu arbeiten, weil sie es auch mit Korianderkraut verwechseln und viele mögen Koriander im Essen nicht. Und das riecht ja auch so ein bisschen, ja, fast ein bisschen wie Katzenpipi oder sowas. Auch selbst nicht so lecker. Aber das Koriandersamenöl ist ja einfach sensationell schön in Mischungen. Ja, ist ja ganz, ganz anders. Also auch mit Vanille beispielsweise beides kombiniert, sowohl Koriandersamen oder Hoheblätteröl mit Lavendel und mit Vanille und Iris zum Beispiel kombiniert. Das ist bestimmt ein ganz sensationell. Ja, tolle Kombi. Und Koriandersamen ist so ein ganz warmes Öl. Es spendet so ein bisschen Wärme, was ja auch so ein bisschen in der heutigen Zeit ganz, ganz hilfreich ist, dass wir so eine wohltemperierte Wärme haben. Also keine Hitzigkeit und nicht dieses Aufregen und Ausrasten. Aber das ist einfach diese Herzenswärme, diese Wärme zu sich selber und gegenüber anderen. Auch das Verständnis gegenüber anderen oder die Akzeptanz und der Respekt gegenüber anderen, dass das einfach, ja, wieder mehr kultiviert wird. Ich folge einigen Leuten auf YouTube-Kanälen und ich weiß, oder ich weiß noch nicht mehr genauer, ich ahne schon, wie viel Arbeit es ist, so Filmchen zu machen, von 15, 20, 30 Minuten. Ich weiß das ja von meinem E-Learning. Das hat Monate gedauert, bis das alles gemacht war und geschnitten war, mit Musik unterlegt war. Also ich bewundere die Leute, die das kostenfrei zur Verfügung stellen. Und dann müssen manche Leute, müssen dann sticheln und müssen dann, ach, das ist ja wieder blöd. Und wie konntest du nur das zeigen? Und wie konntest du nur das sagen? Und wie konntest du nur dieses Lied da unbedingt einspielen? Weil ich finde, das ist so eine Tendenz, die heutzutage ist. Kann man nicht einfach dann die Klappe halten, wenn es einem nicht gefällt? Aber Eliane, da sind wir schon bei einem anderen Wort, was uns auch wichtig ist in der Zeit jetzt im Moment. Das ist das Wort Abgrenzung. Ja. Und da habe ich mich so gefreut, dass der eine Referent über Abgrenzung gesprochen hat, obwohl er nicht aus der Ecke der Aromatherapie kam, sondern ein Arzt war, hat er gesagt, Abgrenzung fängt mit Hautpflege an. Und das ist ja gerade wieder unser Thema. Wir können uns mit der Haut abgrenzen und wir können uns in dieser Zeit, wo wir die Hautpflege machen, auch Zeit für uns nehmen und können uns überlegen, was tut meiner Seele und meiner Haut jetzt auch gut? Ja, finde ich total toll. Also gerade, wenn man sich so schöne Mischungen macht, die einfach, ja, der Haut per se, so als im Sinne von Pflegen schützen, Feuchtigkeit bewahren und so weiter, gut tun, aber die einfach so, ja, die so toll duften. Wir haben ja in einem Skript, was wir auf der Website haben, haben wir so Rezepte für zum Beispiel die Skisahne oder Ski, wir haben noch einen anderen Namen dafür. Solche Sahnen sind so leicht gemacht und übrigens auch ein schönes, gar nicht so teures Weihnachtsgeschenk. Die sehen wirklich aus wie eine richtig schöne, fette Sahne auf einer Torte. Und wenn man die dann wieder, da kommen wir wieder zurück zum Tonka und mit ein bisschen Grapefruit und zwei, drei anderen Lieblingsölen beduftet, da hat man so, oh, da hat man die ultimative Pflege, die ja für alle Körperteile vom Gesicht wirklich bis zu den Fußsohlen wirklich wunderbar ist. Und ja, in diese Richtung soll auch unser Extra-Tipp für heute gehen. Ich erinnere mich auch an einen Satz, den du letztens nochmal gesagt hast. Ich glaube, es war sogar in unserem Chemie-Seminar, dass du so gesagt hast, die Haut ist ja quasi unser nach außen gestülptes Nervensystem. Ja, ja, das ist für mich mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn wir entstehen als Embryo, dann wird aus dem mittleren Keimblatt, aus dem Ektoderm, das ist nicht das mittlere, das stimmt gar nicht, wird aus dem Ektoderm, wird sowohl das Nervensystem als auch die Haut gebildet. Das heißt, das Nervensystem mit all seinen Gefühlen, mit all seinen Emotionen ist ein Teil davon und die Haut ist quasi nach außen gestülpte, Abgrenzung samt, ja, den Emotionen letztendlich. Wie vielen Leuten geht es, wenn es ihnen psychisch innerlich schlecht geht, sehen sie das und sehen es andere an deren Haut. Da sollten wir also auch immer daran denken, dass eine gute Hautpflege mit physiologischen Substanzen, die unsere Haut gut tun, die nicht alles zuspachteln, wie es jetzt auch immer mehr Mode wird, mit irgendwelchen, also manchmal sehe ich in manchen Gesichtern, denke ich, haben die irgendwie die Spachtelmasse im Werkzeugschrank gefunden. Das heißt, die Haut pflegen im Sinne von, ja, damit pflege ich gleichzeitig die Seele. Ja, und damit sind wir fast am Ende und uns ist es eben nochmal ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, seid aufmerksam. Und diese Aufmerksamkeit bedeutet eben auch, nicht nur aufmerksam zu sein, um andere zu schützen und zu betütteln, sondern auch für euch selbst. Und zu dieser Aufmerksamkeit gehört eben auch, dass jeder Mensch, der Düfte benutzt oder Naturdüfte benutzt, sich diese selbst aussucht. Oder dass, wenn ihr Menschen etwas Gutes damit tun wollt, gut gemacht ist, oder gut gemeint ist nicht immer gleich gut gemacht, so heißt es genau richtig. Lasst jeden selbst seinen Duft finden. Lasst die Nase entscheiden. Wir können es nicht oft genug betonen, wie wichtig eben diese, ja, diese Art von, ja, Duftbegleitung ist, dass jeder für sich selbst entscheidet, ist das jetzt der Duft oder die Düfte, die mir in diesem Moment wohlwollend sind. Und das heißt, wir nehmen den Duft wahr, wir bleiben bei uns, während wir den wahrnehmen und wir schauen, ob der Duft passt. Und am besten ist es, wenn man den Duft blind riecht. Das bedeutet nicht zwanghaft, dass man die Augen schließt, kann man sehr gerne dabei tun, weil dann ist man noch mehr bei sich. Aber es bedeutet vor allen Dingen, dass ich versuche, mir die Düfte vielleicht vorher rauszustellen, die ich gerne ausprobieren möchte, sie aber dann, ohne dass ich drauf schaue, beschnuppere, mehr oder weniger. Also ohne, dass ich jetzt genau weiß, in der Flasche ist jetzt der Duft drinnen. Und wenn ihr andere Menschen den Duft aussuchen lasst, dann lasst sie blind riechen, ohne, ohne dass ihr Verstand im Vorne, von vorne herein, sich schon eine Meinung zu einem Duft gebildet hat. In diesem Sinne sind eben unsere Empfehlungen und auch unser Extra-Tipp natürlich nur so ganz, ganz grobe Richtlinien, die man dann anpassen kann an die Personen, die das Produkt dann anwendet. Damit sind wir bei unserem Extra-Tipp, oder? Unser Extra-Tipp für heute ist Seelenwärme zum Genießen, zum Essen und zum Füße-Pielen. Toll. Du benötigst 100 Gramm Zucker, am besten, ja, den, den Du am liebsten magst. Ich nehme am liebsten Rohrrohrzucker, aber auch keinen so ganz groben. Dann einen Tropfen Zimtrinde, acht bis zehn Tropfen Tonka-Extrakt, vier Tropfen Orange- oder Mandarinenöl und ein leeres Glas, was Du mit einem Schraubverschluss schließen kannst. Dieses Glas beträufelst Du zuerst mit den genannten ätherischen Ölen und schwenkst es dann so, dass sich die Glaswände mit den ätherischen Ölen benetzen. Danach gibst Du erst den Zucker in das Glas, schließt das Glas, verschüttelst es gut und lässt es ein paar Tage ruhen. Und danach kannst Du damit Deinen Quark, Deinen Müsli, Deine Haferflocken, die voller Tryptophan sind und damit auch für eine Serotoninausschüttung bei Dir sorgen können, beduften. Oder Deinen Kaffee, Deine Kaffeesahne, Deinen Kaffeeschaum. Oder jetzt Plätzchen backen demnächst, den Punsch zubereiten. Oder Du nimmst einen Esslöffel von diesem Zucker, gibst ein bisschen Mandelöl dazu und kannst ein ganz schönes, wärmendes Peeling für Deine Füße machen. Und die werden dann danach in einem lauwarmen Wasser nochmal abgespült. Und gerade für kalte Füße ist das ja ganz, ganz toll. Kann man auch schon mit Kindern machen. Das ist wirklich wunderbar, wenn eben diese Kombi aus Seelenpflege und Fußpflege, Seelenpflege und Körperpflege so schön zusammenkommt. Ja, wir würden uns freuen. Wir haben jetzt in letzter Zeit schön viel Feedback bekommen. Unsere Adresse, unsere Mailadresse steht hier unten in der Beschreibung. Und natürlich freuen wir uns auch über Kritik, weil Kritik bringt uns weiter. Und wir freuen uns insbesondere, wenn unsere, egal was wir machen, wenn es weitergegeben wird. Wir leben halt in so einer Zeit, wo es ganz wichtig ist, dass man überhaupt gesehen wird in dem Meer von so vielen Informationen, dass das einfach verteilt wird. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Alles Gute, die Eliane. Ja, und auch ich möchte mich fürs Zuhören bedanken. Und ich freue mich, dass sich schon ganz, ganz viele Menschen, über 100 Menschen fürs Buch eingetragen haben in die Liste, die jetzt demnächst dann oder vielleicht schon während ihr den Podcast hört, eine Benachrichtigung bekommen, dass das Buch bestellbar ist. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr nicht den großen Riesen mit A beglückt mit der Buchbestellung, sondern wenn ihr es bei uns bestellt und uns weiter supportet. Das hilft uns wirklich weiter. Und das macht unsere Seele auch ein bisschen wärmer, wenn wir einfach merken, wir werden gesehen, wir werden wahrgenommen und wir erfreuen andere Menschen mit dem, was wir tun. Ja, in diesem Sinne sagt auch ich, die Sabrina, bis bald. Auf Wiederhören. 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 Vielen Dank.